Economic Challenges, der Handelsblatt-Ökonomie-Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüther, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Heute möchte ich mit dir eine auf den ersten Blick ganz simple Frage diskutieren. Nämlich die Frage, wer trägt eigentlich die mit dem ökologischen Umbau verbundenen immensen, ich sag's mal, Kosten dieser Transformation? Nämlich oft wird ja behauptet, dass diese unbestritten hohen Kosten für Unternehmen und Haushalte auf dem Weg zur Klimawandel, egal ob man das mit 2045 oder 2050 rechnet, dadurch tragbar sein, wenn man die, ja, gewährten staatlichen Mithilfen und das dadurch induzierte gesamtwirtschaftliche Wachstum gegenrechnen würde. So sieht das bekannte Beratungsunternehmen McKinsey in der Summe sogar netto Nullkosten. Und die Argumentation dieses Instituts ist, es sei davon auszugehen, dass, wie gesagt, der gesamtwirtschaftliche Investitionsbedarf bei bestattlichen acht bis zehn Billionen Euro liegen wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unser gegenwärtiges BIP ist gut vier Billionen hoch. Das heißt, dieser Investitions- und Umbaubedarf wäre das Doppelte des gegenwärtigen Brutto-Inselmarktdrucks. Das ist schon eine stattliche Schätzung. Allerdings, so das Institut weiter, werde sich der überwiegende Teil dieses Kostenbetrags quasi wie selbst finanzieren. Nämlich zum einen, wir bringen dann Beispiele, dass LED-Leuchten eine mehr als sich rechende Investition sein. Die seien zwar sehr viel teurer als Glühbirnen, aber in der Laufzeit, in der sehr langen Laufzeit, würden sie doch sehr viel weniger Energie verbrauchen als das gegenwärtige Leuchtmedium. Und außerdem würden durch Recycling und Porrelyse, beispielsweise durch die Rückgewinnung von Rohöl aus Plastik, langfristig viele Kosten gesenkt, und es würden zudem neue Wirtschaftszweige gefördert. Schließlich und endlich würde der Transformationsprozess ja durch, sagen wir mal, massive staatliche Subventionen befördert. Das heißt, man solle keine Angst vor diesem immensen Betrag haben. Ich kann mich nicht ganz des Eindrucks erwehren, aber ich hoffe, du wirst mich belehren, dass das so ein bisschen ein Münchhausen-Trick ist. Nämlich, wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass jede staatliche Umbauförderung aus dem laufenden Bruttoinlandsprodukt finanziert werden muss. Die kommt ja nicht vom Himmel und wird deswegen letztlich, man kann es drehen und wenden, wie man will, von Unternehmen und Verbrauchern getragen. Deswegen meine simple, aber brutale Frage, ist das Argument von der Selbstfinanzierung und Wachstumsförderung des ökologischen Umbaus vielleicht nicht nur eine Art Taschenspielerdrick? Ich würde dir nicht widersprechen, du musst dir zurückhalten, so formulieren. Wir haben ja, glaube ich, das große Problem in dieser klimapolitischen Diskussion darin zu sehen, dass in der Tat die Kosten nicht wirklich ernsthaft diskutiert werden und politisch daraus folgt, es müsse sich keiner sonderlich anstrengen und es würde auch keiner sonderlich belastet. Und das ist natürlich entkleidet worden, dieses Argument, allein durch das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, wie es genau heißt. Also die Menschen merken, Moment mal, da wird mir vorgeschrieben, ich muss meine Heizung umbauen. Ich hatte aber gedacht, die hält noch bis zu meinem Lebensende. Wer hätte die wahrscheinlich auch, aber es sind Kosten zu tragen, deren Effizienzwirkungen nicht mehr bei mir ankommen, sondern bei einer anderen Generation. Also wir haben bei dieser Diskussion eine interessante Ausblendung der Verteilungsfolgen. Du hast Verteilungsfolgen in der jeweiligen Generation, die finanziert. Aber auch intergenerative. Genau, intergenerativ und damit intertemporal zwischen den verschiedenen Generationen. Da müsste ja im Grunde die künftige Generation, die heutige, ein Stück kompensieren, ausgleichen, indem sie entweder auf Erbe verzichtet, was sie dann faktisch tun muss, weil es muss ja aus dem Vermögen. Kreditfinanzierung zulässt. Oder Kreditfinanzierung zulässt. Also das wird alles sozusagen umgarnt, getarnt, weil man nicht wirklich drüber spricht. Und diese These, dass sich da vieles rechnet, ist ja im Einzelfall auch nicht ganz falsch. Also ich meine, es gibt immer interessante Geschäftsmodelle, die sich aus anderen Möglichkeiten ergeben. Und wir sehen ja auch, Bert, dass dort, wo der Zertifikatehandel wirkt, Industrie und Energie, wir ja deutlich vorangekommen sind. Die Sektorziele werden ja dort nicht erreicht, wo wir bisher darauf verzichtet haben, jedenfalls europäisch. In Deutschland haben wir ja 2019 da was installiert, über einen Zertifikatehandel bei Mobilität und Hausbrand ähnliches zu tun. Also insofern kommt es auch auf die Instrumente an. Aber in der Tat, diese Debatte, wir ziehen uns hier sozusagen am Schopfe aus dem eigenen Sumpf des klimapolitischen Problems, ist natürlich interessant, aber auf dünnem Eis. Und es wird dann noch am besten übertarnt mit den missionsorientierten Ansätzen. Frau Mazzucato, das hat ja bei SPD und Grün eine große Vorliebe, weil man da nur beschreiben muss, ja der Mission to the Moon, das hat auch ganz viel gebracht. Ja klar, es hat auch ganz viel gekostet. Es hat auch einen langen Weg der Unsicherheit gegeben. Und ich wüsste auch nicht, dass das hier vergleichbar ist mit Mission to the Moon. Und ob damit gesamtwirtschaftliche Nettoeffekte verbunden sind, auch das weiß man nicht. Es ist ein technologischer Erfolg, der viel Prestige bringt. Aber ob da wirklich für die einzelnen Haushalte eine Netto-Realeinkommenssteigerung verbunden war, würde ich persönlich bezweifeln. So, und die Frage ist ja, was hat das für politische Konsequenzen? Dadurch, dass das so diskutiert wird, achtet man nicht auf die Kosten. Wir begeben uns selbstverständlich in eine Subventionslogik hinein. Wobei ich sagen würde, ganz werden wir ohne, die wahrscheinlich nicht auskommen, weil wir auch ein marktliches Skalierungsversagen haben. Und der Hinweis, alles regelt der CO2-Preis, vielleicht kommen wir gleich drauf, auch etwas kurz gesprungen ist. Aber er ist richtig und wichtig und zentral. Nur wenn ich sozusagen die Kosten mir gedanklich wegbuche, ist es auch egal, wie ich es mache. Also nur mal den Gebäudesektor, den man mit Geschäftsführung von Wohnungsgesellschaften spricht, dann sagen die, naja, was ich nach dem heutigen Stand an Sanierung machen müsste, liegt weit dem, was ich vor drei Jahren saniert habe. Das heißt also, wir robben uns ständig hinterher mit Riesenkosten für Dämmmaterial, für Umbauten, für Versuche, die Energieeffizienz zu reduzieren. Und im Grunde ist es gar nicht zu reißen und gar nicht zu realisieren, was dort gefordert wird. Auf der anderen Seite aber ist es ja ganz interessant, dass dann wieder andere ideologische Themen nach vorne kommen, die uns Effizienzgewinne versperren. Ich will mal ein Beispiel nennen im Baubereich, im Wohnungsbereich. Wir haben in Deutschland sehr, sehr viele, sehr viel mehr als in vielen anderen Ländern, fernauslesbare Verbrauchszähler. Wasser, Strom, Gas. Es gab eine EU-Richtlinie, in der stand, den Verbrauchern sollen mindestens monatlich die Verbrauchszahlen genannt werden. In Deutschland kriegst du ja normalerweise einmal im Jahr. Da kannst du gucken, was du in den letzten zwölf Monaten gemacht hast. Der Handlungshinweis ist relativ gering. In den zwölf Monaten hat sich alles mögliche gemischt. Das Wetter und was weiß ich, die Reisen, die man hatte, man war nicht da, man war mehr da. In Deutschland hat dann auf Betrieben, Beschreiben des Bundeswirtschaftsministeriums, ein Gesetzentwurf, dieses europäische, die europäischen Vorgaben umgesetzt, aber das mindestens rausgenommen. Das heißt, in Deutschland gibt es maximal monatlich eine Verbrauchsinformation. Wir könnten aber in vielen Bereichen, gerade im Geschosswohnungsbau, ohne großen Aufwand, weil die Technik da ist, du hättest eine App auf deinem Handy und du hättest sehen, was gestern dein Gas, dein Strom, dein Wasserverbrauch waren, denkst, oh, da war aber viel, da habe ich mir zu lange in der Badewanne gelegen oder die Sauna war zu lange an. Dann kann man reagieren. Stattdessen gaukeln wir den Leuten vor, sie müssten gar nicht einsparen, weil sie sitzen jetzt in der gedämmten Wohnung. Das kostet unheimlich viel Geld und wir verschenken Effizienzgewinne. Und das ist, was die Leute, wenn man mal genau hinschaut, natürlich auch irritiert. Geld spielt dann keine Rolle. So geht es halt nicht. Ja, und zum Zweiten kommt hinzu, eine Glättung heißt nicht Reduzierung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek. Das ist ja ein feiner, aber wichtiger Unterschied. In dem Maße, nämlich beispielsweise durch eine Kreditfinanzierung, Kosten in die Zukunft überwälze, werden die Kosten nicht geringer. Die werden nicht geringer. Sie haben nur eine andere Tragklasse. Das ist richtig und auch sinnvoll. Aber daraus entstehen keine, wie man es gelegentlich lesen kann, Wachstumimpulse. Ja, das nicht, weil es ist ja auch, und das ist auch in der Studie, die du erwähnt hast von McKinsey, also der von diesen damals genannten 5 Billionen Euro, 6 Billionen Euro sind allein 5 Billionen Ersatzinvestitionen. Das heißt, da wird eine Gas durch eine Wärmepumpe ersetzt. Der Wachstumseffekt ist relativ überschaubar. Der Produktivitätseffekt auch. Du hast einen Einkommenseffekt, weil du natürlich den Heizungsbau und dann kannst du sagen, dieser Einkommenseffekt wirkt auch irgendwie. Aber der fehlt bei mir. Der fehlt bei dir, genau. Aber auf jeden Fall ist es für sich genommen auch nicht klar, dass ich hier einen Produktivitätseffekt habe, weil ich einfach einen Kapitalstock nur austausche und das nicht nach vorne entwickle. Natürlich ist der Kapitalstock dann weniger CO2 relevant. Das kann man sicherlich, das muss man dann auch bewerten. Aber genau hier springt Politik unglaublich kurz. Und das Problem, was wir ja haben, ist, Bert, seit dem Urteil des Verfassungsgerichts im November. Jetzt müssen sie das Geld zurückschneiden, weil sie nicht so viel haben. Aber es fehlen ihnen die Prioritäten und die strategischen Festlegungen für diese industriepolitischen Aktionen. Natürlich brauche ich, wenn ich die Wasserstoffwirtschaft hochfahre, ein bisschen mehr als den CO2-Preis. Da muss man Anschub geben, das wird auch der Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium sagt, über Leitmärkte auf der einen Seite. Man redet über contracts for difference auf der anderen Seite. Jedenfalls ist es schon nicht ganz verkehrt zu sagen, wenn ich solchen Umbau mache, brauche ich an bestimmten Stellen auch eine zusätzliche staatliche Unterstützung. Das ist aber alles nicht priorisiert worden. Und das, was die Politik ja auch nicht aushält, ist, wenn der Preis steigt, ist gleich wieder Drama. Dann muss man den Leuten, dann wird aber die Wahrheit dieser Klimapolitik sichtbar, die auch ertragen werden muss, wenn wir das wollen. Und wir wollen das ja, dass man auch dafür zahlen muss. Und dann stellt man fest, dass die Belastungen natürlich auch regional und damit auch sozial sehr unterschiedlich sind. Ich meine, nimm doch mal hier in den neuen Bundesländern, wo ich jetzt wohne seit Romer Zeit. Hier hast du viel Mobilität allein beruflich bedingt, weil der Nahverkehr hier zwar nicht schlecht, aber auch nicht so flächendeckend ist wie in den Metropolräumen. Das heißt, die Leute, die für Mobilität mehr zahlen müssen, sind hier ganz besonders relevant, werden hier getroffen. Gleichzeitig sind das hier natürlich auch Heizungsanlagen vielfach. Auch wenn es in den 90er-Jahren gemacht wurde, ist das gasbasiert. Und die Frage ist, wie baut man das jetzt um? Wer trägt die Kosten? Und die Politik sagt dazu ja nicht die Wahrheit. Es wird ja immer nur erzählt, das machen wir schon, wird dich jetzt nicht weiter betreffen. Und insofern war dieses Heizungsgesetz ja ein Stück leersam auch. Ja, und aber auch das Argument ist, wir machen so viele Subventionen. Das ist natürlich alles richtig, aber das ist ja eben angesprochen worden. Die Kosten des Umbaus, die realen Kosten des Umbaus, müssen die gegenwärtigen Generationen tragen. Gewinner sind die zukünftigen Generationen. Die nicht mehr zahlen müssen. Die nicht mehr zahlen müssen. Wenn das der Fall ist, glaube ich, müsste man doch allein vor diesem Hintergrund, Schuldenbremse hin und Schuldenbremse her, mal diskutieren, was ist denn die richtige Form der Finanzierung dieses ökologischen Umbaus? Wo es völlig klar ist, dass die Kosten jetzt und die Benefits in der Zukunft anfallen. Aber diese offene Debatte wird nicht geführt und auch nicht von den Verfechtern der Schuldenbremse. Aber genau das ist ja letztlich ein zentrales Argument. Und wenn man fragen würde, wenn wir die Klimawandel jetzt wollen, wie finanzieren wir sie richtig? Das wird ausgeblendet, diese intertemporalen Verteilungswirkungen. Ja, das wird ausgeblendet, weil wir haben sie. Aber es wird sozusagen getan, als würden sie erst durch die Schuldenbremse oder durch eine Kreditfinanzierung und eine Reform der Schuldenbremse entstehen. Das konnte man ja wieder auf dem Parteitag der FDP erleben, wo sie sich da in einer Weise fest betoniert. Wo man sagt, das ist eigentlich nicht zukunftsfähig. Es geht ja nicht darum, das Geld sonst wohin zu buchen. Aber dass es eine Generation aus dem Steuersäckel alleine kann oder zwei Generationen aus dem Steuersäckel allein, ist jedenfalls relativ unwahrscheinlich. Das heißt, die Überforderungsphänomene, die dann eintreten, sind groß. Insofern muss genau dieser intertemporale Gesichtspunkt rein. Und da muss man auch fragen, was gehört denn dahin? Und dann ist natürlich berechtigterweise am Anfang zu diskutieren, was muss denn wirklich ausgegeben werden? Also mein Beispiel eben beim Wohnungsbau. Man kann ja vieles dämmen, aber es ist so teuer. Und wenn ich da wieder der nächsten Verordnung hinterherlaufe, dann ist doch Verhaltenssteuerung über Preise und Preisinformationen und Kosten, die ich verursache, viel wichtiger. Und das wird mit einer Nonchalance weggebucht, weil es den Datenschutzüberlegungen eines anderen Referats im Bundeswirtschaftsministerium widerspricht. Und man dann so tut, als sei das jetzt geradezu unerhört, dass man dieses Thema aufwirft. Die sind einfach nicht konsistent. Und das macht die Politik im Augenblick natürlich auch schwierig. Schwierig in der Vermittlung, aber auch in dem Handeln der drei Koalitionsparteien miteinander. Wir haben ja mal vor einiger Zeit schon gesagt, die haben kein passendes gemeinsames, wie sagt man so schön, Narrativ zur Klimapolitik. Und die FDP sagt im Grunde, naja, das machen wir mit ein paar Preissignalen und der Rest organisiert sich nach technischem Fortschritt. Aber wir haben natürlich trotzdem immer dann Verteilungswirkungen und die kann ich nicht wegbuchen. Ja, und das finde ich, ist ein großer Mangel dieser Debatte. Wir haben hier zwei Reformbaustellen. Auf der einen Baustelle diskutieren wir intensiv Forts und Kontrags der Schuldenbremse. Und auf der anderen Seite diskutieren wir heftig, dass wir zu viel oder zu wenig für den Klimaschutz tun. Dass diese beiden Ziele aber fundamental zusammenhängen, wird meines Erachtens eben nicht diskutiert. In der gesamten Schuldenbremse-Diskussion, da höre ich immer, die Verschuldung belastet zukünftige Generationen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Das ist richtig, aber da muss man doch fragen, wofür werden die dann ausgegeben? Und der Klimawandel wird ja nicht für die gegenwärtige Generation gemacht, sondern für die zukünftige Generation. ist zudem noch verbunden mit dem großen Risiko des Scheiterns, weil es nämlich vielleicht einige Staaten gibt, die dieses Spiel nicht mitmachen. Dann bringen wir große reale Investitionen mit realen Kosten verbunden auf den Weg. Wenn aber die entscheidenden Player, die CO2-Emittenten, nicht mitmachen, dann haben wir hier eine Loser-Position. Dies umso mehr, weil unsere Klimapolitik ist dann nicht technologieoffen. Man hätte ja auch eine technologieoffene Klimapolitik machen können, wo man nur die ökologischen Ziele, aber nicht den Weg dahin thematisiert. Und dann hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt, Klimatechnologien zu entwickeln, die man, wie es sich für ein Exportland gehört, exportieren könnte. Aber genau dieser Weg ist eigentlich nicht beschritten worden. Nämlich andere Länder gehen diesen Weg, die sehr viel kleiner sind als Deutschland. Aber sie sagen, es ist wichtig, dass wir so das Klima machen. Aber wir müssen auch die eigene Nationalökonomie mit berücksichtigen. Und dieser Aspekt ist meines Erachtens ausgeblendet worden. Ja, sagen wir mal so, der Zertifikateanlage an sich ist natürlich technologieoffen. Das ist ja der große Vorteil. Das hat er im Bereich der Industrie und Energie ja auch bewiesen. Er hat natürlich auch lange irritiert, weil die Preise so niedrig waren. Man hat das Mengengerüstwagen nicht ausgeschöpft. Das wird planmäßig runtergefahren. Schon 2039 gibt es dann ja keine Zertifikate mehr. Also insofern ist das bei der Industrie ja genau dieser Prozess, wo wir dann auch auf die Preissignale, auf die Verteuerung des CO2-Ausstoßes eine Reaktion im Investitionsverhalten erleben. Und da wird auch alles Mögliche gemacht. Und da ist die Findigkeit auch groß. Nur wir haben uns im Grunde den Luxus geleistet, mehr oder weniger, ich sage mal 30 Jahre, nur auf diesen Bereich und nur die Industrie und nur den Bereich der Energieproduktion zu schauen, während die anderen Themen vernachlässigt wurden. Und jetzt sozusagen nachgeholt werden müssen. Auch der Unsinn im Grunde, das muss man ja auch noch mal sagen, bei dem Klimagesetz 2021 das fünf Jahre vorzuziehen. Das habe ich auch schon gesagt. Das auch von 2050 auf 2045, die letzten fünf Jahre sind ohnehin teuer. Das war Schaufensterpolitik. Ja, aber es ist verteuert. Es wird unheimlich viel enger. Fünf Jahre weniger Zeit zu haben, verteuert den gesamten Prozess. Und verkürzt den Ammonisationszeitraum. Ja, und stellt natürlich die Frage auch, die du berechtigt aufrufst, wie man es eigentlich finanziert. Noch, noch mehr. Und was ich auch finde, was zu wenig wirklich gemacht wird, und das ist ja ein offenes Ring, weil es nicht ganz einfach zu systematisieren ist. Was brauche ich zusätzlich zur CO2-Preissteuerung über Zertifikatehandel denn dann noch? Und ich glaube, man muss einfach zwei Dinge sehen. Weltweit sind nur etwa 22 Prozent der CO2-Emissionen überhaupt bepreist. Das heißt, ich habe also eine fällige Verzerrung im Wettbewerb. Und das über beispielsweise einen Grenzausgleichsmechanismus, ein sogenanntes CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, zu korrigieren, ist natürlich hochbürokratisch. Ich muss ja im Grunde über die Wertschöpfungskette eines Produkts, das an der Grenze ankommt, identifizieren, wie viel Nicht-Bepreisung von CO2, wie viel quasi Begünstigung von einer anderen Klimapolitik steckt da drin. Und das versuche ich dann zu kompensieren. Ich halte das ehrlich gesagt für nicht umsetzbar. So interessant ja die Idee des Klimaclubs ist, das ist ja gar keine Frage, aber die Außengrenzenabsicherung ist einfach hochkomplex. Und das Zweite ist, was der CO2-Preis natürlich eigentlich unterstellt, es ist eine inkrementelle Steuerung. Irgendwann reichen Kippungen, dann fängt der an zu investieren. Denn da lohnt es sich dann auch, die alte Gasheizung zu ersetzen. Trotzdem muss es ja dann gemacht werden. Trotzdem werden wir da nicht ohne Subventionen für die privaten Haushalte oder Abfederungsstichwort Klimageld irgendwie hinkommen, weil wir gerade die geringen Einkommensbezieher besonders belasten. Aber die 0-1-Investitionsentscheidung, also im Stahl, in Chemie, im Papier, in Ernährung, Glas, umzustellen auf beispielsweise wasserstoffbasierte Energieproduktion, ist keine, die ich ohne marktintervenierende Maßnahmen hinkriege. Das heißt, da muss ich halt auch mehr tun. Und das systematisch mal zu beleuchten, wird viel zu wenig getan. Insofern enden die einen Kollegen von uns immer mit dem Hinweis, ja, ja, der CO2-Preis sollte mehr genutzt werden. Der Rest wird sich schon ergeben. Und die anderen kommen mit den ganz großen Subventionstöpfen. Denn das ist ja das, was man liest, wenn man die 5 Billionen oder 6 Billionen Euro nimmt, fragt man sich, wer soll das eigentlich bezahlen? Und selbst dann reichen die Subventionen nicht, wenn man im Baubereich, in Wohnungswirtschaft reinschaut. Das, was gefordert wird, kann durch die Unterstützung gar nicht geleistet werden. Aber die Umlage der Sanierungskosten auf die Mieterinnen und Mieter ist ja politisch auch nicht gewollt. Und insofern hängen wir hier wirklich in einem Dilemma. Und diese Regierung ist halt gestartet, das muss man immer noch mal erinnern, mit einer Geschäftsgrundlage, die sie nicht mehr hat. Nämlich mit einer Lösung von Milliardenumbuchungen in den Klima- und Transformationsfonds. Ich will das Urteil des Verfassungsgerichtes nicht schönreden, aber sozusagen, das ist nicht aufgearbeitet. Man tut so, und das ist, was ja auch der Regierung vorzuwerfen ist, man tut so, als sei das sozusagen genauso schön wie vorher. Sie brauchen ja nur noch anderthalb Jahre ungefähr, um das rettende Ufer zu erreichen. Ja gut, aber an dem rettenden Ufer wird ja keiner von denen mehr Nahrung finden. Richtig. Jedenfalls Nahrung, die die WählerInnen bereitstellen. Davon ist ja wohl auszugehen. Das sieht man ja auch, dass die Koalition... Doch eine der drei Koalitionsparteien wird natürlich an der Regierung bleiben. Ja klar, eine schon. Aber ich sag mal, das Gesamtpaket nicht. Also diese Struktur wird mit Sicherheit, also nach dem, was wir heute sehen, jedenfalls keine Geschichte der Zukunft sein. Und man muss es auch allen dreien vorwerfen. Sie haben im Grunde eine Riesenaufgabe von der Brust, das ist ihnen nicht vorzuwerfen. Es ist vieles nachzuholen, das ist ihnen auch nicht vorzuwerfen, Ausnahme den Sozialdemokraten, die an den vorangegangenen 16 Jahren Merkel auch zwölf Jahre dabei waren. Aber nach vorne betrachtet, haben sie nicht wirklich intellektuell durchdrungen, was sie tun müssen. Und haben das nebeneinander gestellt. Und haben das sozusagen fiskalisch abgesegnet mit dieser Umbuchung aus den Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds. Und man hätte ja im Grunde den November letzten Jahres zum Restart nehmen können. Man hätte eigentlich das neu schreiben müssen. Wäre ja auch keine Zumutung gewesen. Aber das, was jetzt passiert, und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die Stimmung ist schlecht. Man nöckelt gegenseitig aneinander rum in der Regierung. Die Regierung an der Wirtschaft, die Wirtschaft an der Regierung. Das ist auch keine besonders erbauliche Situation, von deren Ausweg jetzt nicht groß zu sehen. Ich meine Wirtschaftswende. Wir haben letzte Woche über die zwölf Punkte gesprochen, der FDP. Na Gott, ja. Ja, nett. Viel Wind, wenig Wände, ne? Ja, ja. Ja, jetzt eine letzte Frage. Jetzt weise ich dir mal einen unangenehmen Job zu. Ach nee, komm. Doch, doch, doch. Du wirst ernannt zum klimapolitischen Berater der mutmaßlich einzigen sicheren zukünftigen Regierungspartei der Union. Das wird man von ausgehen können. Die wird wahrscheinlich den nächsten Kanzler stellen. Die Regierungsführung, wer dazukommt, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Aber das wird der Fall. Und du müsstest jetzt in den noch verbleibenden, wie viele Monaten haben wir noch, so 16 Monate etwa bis zur Wahl. Was könnte man denn heute gedanklich auf den Weg bringen, um, sagen wir mal, diese falsche oder zumindest unzulängliche Weichenstellung ein Stück weit zu korrigieren? Was wäre dein Drei-Punkte-Plan? Ich glaube, man muss so ein Paket schnüren, wo man deutlich macht, man fängt dann nochmal neu an. Nicht, indem man die Dinge infrage stellt, aber sie realistisch zu justieren. Ich glaube, erstens gehört dazu, dass das Jahr 2045 unrealistisch ist. Die Mitte des Jahrzehnts müssen wir das erreichen. Das sagen auch die Klimaforscher. Also diese fünf Jahre würde ich erstmal gönnen. Ich würde das ändern. Ich würde deutlich machen, wie man es machen will. Nämlich das Zertifikatehandel 2 für Wohnen und Verkehr muss europäisiert werden, damit wir hier für Wohnen und Verkehr, damit das hier europäisch angemessen funktioniert. Und dann muss ich eine Finanzierungslogik aufbauen unter dem Stichwort der Generationenbeteiligung. Die Generationen, die betroffen sind, müssen doch alle beteiligt werden. Es kann nicht alle Generationen aus dem Seck. Nicht alle Generationen. Nicht auf die zukünftigen. So, und ich würde, weil, kann man immer sagen, dann lassen wir halt die Schuldenbremse, wie sie ist. Aber ich würde hier ganz bloß neu aufsetzen, einen Transformationsinfrastrukturfonds, der Bund, Länder und Kommunalinvestitionen in den Blick nimmt. Und auch die möglicherweise Zuschüsse, aber das muss man sich anschauen. Und dann über einen längeren Zeitraum von zehn Jahren das aufsetzt. Der muss gut verfassungsrechtlich unterlegt werden. Wir haben das ja gelernt beim Bundeswehrsondervermögen. Aber damit entsteht Verlässlichkeit. Und damit würde auch im Grunde erkennbar, welchen Weg die Politik gehen will. Denn sie kann ja nicht ständig sozusagen hier Subventionen ankündigen, dort welche Strafe. Und hinterherjustieren, nicht? So, und dieses Hinterherjustieren. Man muss einen Schritt nach vorne wagen. Aber die Botschaft wäre schon, auf der einen Seite Luft schaffen, die fünf Jahre wieder revidieren. Das war ja völlig absurd, was die da im März 2021 nach dem Verfassungsgerichtsurteil beschlossen haben. Und auf der anderen Seite aber fiskalisch realistisch werden. Sonst wird es schwierig. Die nächste Regierung wird das dann auch nicht leichter haben, wenn sie das nicht vordenkt. Aber Technologieoffenheit muss ihren Rahmen finden, auch in einer verlässlichen Fiskalpolitik. Ja, ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr weiter diskutieren. Dann werden wir eine unserer ersten Sitzungen darüber machen, ob deine wirklich, meines mich zumindest, überzeugenden ökologischen Vorschläge Eingang in das nächste Regierungsprogramm haben. Ich schätze, dass wir im November dann darüber diskutieren können. Jedenfalls für heute, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com slash global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne. Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudet. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei. FemaleAllStarBoard.de WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR